Dieses zum Kauf angebotene gut gepflegte 5-Zimmer-Rhein-Mittel-Haus befindet sich in Großumstadt. Das im Jahr 1976 erbaute Haus verfügt über zwei Etagen. Es wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Es hat vier Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 269 m² bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 135 m². Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 325.000 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017